Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Ich bin gerade am rumwühlen zu einer neuen Folge. Ich habe noch den Longreach geladen. Da lade ich jetzt noch einen Löffel dazu. Und dann fahre ich den hoch nach Sembach auf den Heuberg bei den Ommis. Jetzt lade ich hier erst noch im Hof die Reifen ab. Ich mache mal meinen ganzen Müll hier raus. Sorry. Dann lade ich noch die Reifen ab, die wir gestern von der Baustelle mitgenommen haben. Und dann geht es los. Sonst noch gibt es heute. Ich habe echt keine Ahnung. Echt keine Ahnung. Moment. Ich will mal loswerden hier. Geht er noch? Ich glaube, sie ist auch noch da. Sieht alles gut aus. Die sind alle los hier, ja? Okay. Aber das ist auch nicht so tragisch. Sie sollen ja eh nur verhindern, dass sich der Arm eventuell dreht. Sorry. Ich filme gerade irgendwo und nirgendwo, ne? So. Ungemütliches Wetter haben wir. Windig. Nass. Windig. 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 Joche. Windig. Wie geht es. Здесь müssen wir hoffen. Ich kann es nur aufahnen. Ja, genau. Dann wollen wir mal da hoch. So, abgehen wir. Jetzt fahre ich rückwärts hier raus. Fahne runter, weiß ich nicht, ob ich hier durchfahren soll. So weiter gehen werde ich das müssen. Hier ist so ein richtiges Schmierloch, wo ich jetzt gerade durchfahre. Warte. Warte. Hier mit dem Warnblinker muss ich euch ein bisschen abfacken. Abfacken. Hier draußen bin, auf meinem nächsten Parkbuch. Da werde ich mein Tiefbeck zusammenschieben. Und dann muss ich mal anrufen. Ich vermute, ich fahre rüber nach Mannheim. Da steht der 926 in Leibacker. Ich vermute, dass ich das tun werde. Den dann holen. Holen. Ich habe gerade genuschelt. So. Ich schiebe gleich drehen. Ach komm. Ich schiebe jetzt zusammen, oder? Ich schiebe jetzt vorwärts rein. Ich drehe erst. Ich schiebe jetzt vorwärts rein. Oh. Bisschen. Du wirst rüber. Du wirst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sollte Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sehen uns im nächsten Mal. Ich fahre jetzt rüber nach Mannheim, wie ich vermutet hatte, unser 926 steht da. Wenn ich den Bagger geladen habe, dann bleibe ich in Mannheim. Dann muss ich noch einen Fäkalien-Tank ausheben und den Bagger, ich denke, geht wieder nach Hause zum Putzen, weil der ja wieder zurückgeht oder er geht so, wie er ist in Dreck und Speck zurück, das weiß ich nicht. Ich fahre jetzt den Kmähladen. Hallo. Hier ist ein Arschlauer, der Bus ist so dumm hier hingestellt. Ja, das ist immer selber. Ja, das hat ein Fahrstinkgericht. Ja, langt, langt. Alles gut. Ah ja, passt schon. Passt schon. Oh, ich fahre. Wenn das Ding eh seitlich laden. Ich glaube, anders bringe ich den nicht raus. Ja, ich fahre. Ich gucke mal, da fehlt was. Aber, sorry. Kann man auch ein bisschen drehen. So. Jetzt sind wir dann. Ich bin meine Laze. Ein bisschen wie ohne Laze. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020